Ring! Ring! Du schaust auf dein Handy wieder 40 Nachrichten, auf 39 davon kannst du getrost verzichten. Du klickst dich durch Facebook, Google und Tinder, dabei spüren vor deiner eigenen Nase deine eigenen Kinder. In deinem Handy stecken über 80 Metalle, dafür bezahlen Menschen mit Blut und mit Galle. Der Stromverbrauch übersteckt schon jetzt jedes Maß, sodass der Fortschritt die Nachhaltigkeit bisher vergass. Digga, 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 Talisierung! Dein Auto fährt selbst, dein Home macht dich smart, Ressourcen, Energieverschwendung der ganz besonderen Art. Smart, Quid, IoT, Industrie 4.0, höher, weiter, schneller, was bleibt, ist nur Datenmüll. Drum ist es so wichtig, dass jeder bedenkt, dass unser Leben auf Erden am eigenen Faden hängt. Suffizienz und die Growth gehören in aller Munde, sonst gibt's vom Homo Digitalis nur noch seltene Pfunde. Digga, 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 Digitalisierung! Du kannst die Welt retten, es ist an der Zeit! Schick uns deine Filmidee zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir machen deine Spots zu Leinwandgeschichten, dann werden die weltbesten Kinos von dir berichten! Digitalisierung